Eben, am Anfang der Corona-Zeit gab es ja viele Menschen, die sich einsam gefühlt haben durchaus oder plötzlich eine Beschäftigung brauchten. Ja, was hilft da besser als solche niedlichen Vierbeiner zum Beispiel, die einem den Alltag auch so ein bisschen versüßen. Ja, dass die Realität aber oft anders aussieht und so ein Tier auch viel, viel Arbeit macht, haben dabei etliche unterschätzt und dann müssen sie in vielen Fällen ja auch schnell wieder weg.